Grüßet das Volkreich, ich danke des Deutschen Rundes, an erster Stelle unsere einzige Weltmeisterin bisher, Renita Wagner, herzlich willkommen, dann die mehrfache Europameisterin Anita Schessler und ebenfalls mehrfach im Titel geholt, René Engel, herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So wird es jetzt hier von der Challenge zulässt, Riech. So, eigentlich ist ja nach einem Schicht, dass ich keine Challenge mehr mögliche. Riech! 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 Ja! Unter Sicht für Thomas Lorenz aus Rungan. Erster Finalist über die nächste Klasse bis 66 Kilogramm. Vielen Dank.